Oh, der verrückte Scheiß. Hier ist schon mal zu. Hier ist er auch wieder an der Strah- Hm-mhm-mhm. Hmhmhm. Man, ich bin so... man kann kann und in der kann nur stehe sein da ist zu also müssen wir überspringen ist nur eigentlich gleich am ziel sein mal kurz Die lassen wir doch mal ganz friedlich schnurfen. Was habt ihr denn hier gemacht, ey? Oh, erstmal Ruhe. Jetzt müssen wir eigentlich schon zu sein. Ich schon mal zu. Wir haben doch einen Moment schon mal. Wo rennt der denn hin? Hm, wie ist eine Funke? Der Ritter, aber kann er nicht nutzen. Warum machen wir? Der Knast ist ein halbes Labyrinth hier, ey. Mann, Mann, Mann. Das ist ein halbes Labyrinth hier. Wann werden wir? Wann werden wir? Wann werden wir? Wann ist das, was wir das? Wann werden wir? Wann haben wir? Wann werden wir? Wann sind wir? Wann haben wir das? hier ist auch etwas ja funker ist unsere letzte Hoffnung oh Gott verdammt das war bestimmt der Inhaber hier ach du Scheiße wie ist er jetzt müssen wir rennen immer wieder rennen rennen 2.0 1.0 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 Naja, oh, ich lasse ich meine Chance. Die können andere nur verrotten. Oh, ich muss die Batterie mitnehmen, können wir immer geworben. Oh, ich muss mich mal wiederholen, ey. So, ich würde sagen, wir machen erstmal Shop und wir sehen uns im nächsten Part weiter und dann spielen wir das Spiel durch, haut da rein, bis dann, yo. Bis zum nächsten Mal.